Hier ist WBCQ mit dem World's Last Chance Radioprogramm für Euch aus Monticello, Maine, USA. Seit fast 2000 Jahren warten alle Christen auf die Wiederkunft des Erlösers und auf sein ewiges Königreich. Vieles in unserer Welt deutet darauf hin, dass wir uns dieser Zeit mit großen Schritten nähern. Schaltet das World's Last Chance Radio ein, um zu erfahren, wie Ihr Euch auf die bevorstehenden Ereignisse geistlich vorbereiten könnt. WLC Radio. Bereitet Euch auf die bevorstehende Wiederkunft des Erlöses und auf Yahuas irdisches Königreich vor. Hallo und herzlich willkommen beim WLC Radio. Ich bin Euer Moderator Michael. Und ich bin Mattis. Schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute über ein paar augenöffnende Bibeltexte reden, die das Wesen Yahuas beschreiben. Es geht darum, dass unser himmlischer Vater Einer ist und nicht aus drei Persönlichkeiten besteht. Sag mal Mattis, was soll das überhaupt bedeuten? Drei in Eins bzw. Dreieinigkeit? Es ist ein Kunstwort, macht aber aus meiner Sicht nicht viel Sinn. Nein, im Grunde genommen tut es das wirklich nicht. Das ist das Problem, oder? Wir sind so daran gewöhnt worden, einer bestimmten Perspektive bzw. Interpretation der Schrift anzuhängen, dass wir einfach übersehen, was diesem Irrtum widerspricht. Wir sind manchmal so sehr auf diesen einen oder jenen Vers fixiert, der unsere Überzeugungen beweisen soll, dass wir das große Ganze übersehen. Das erinnert mich übrigens an eine Geschichte. Was hast du wieder angestellt? Nein, diesmal nichts. Es geht nicht um mich. Die Geschichte ist schon etwas älter. Das Ganze soll sich vor gut 60 bis 70 Jahren zugetragen haben. Es geht um eine Familie aus den USA. Also, die Großeltern dieser Familie waren mit dem Auto unterwegs. Ich weiß nicht wohin. Sagen wir, es war einfach eine Tour übers Land. Es war eine lange Fahrt und irgendetwas stimmte mit dem Auto nicht. Es wurde, glaube ich, zu heiß oder so. So genau kann man das nicht sagen. Der Großvater hält also an der nächsten Tankstelle. Zu dieser Zeit gab es an den Tankstellen noch keine Getränke, Snacks und Zeitschriften oder ähnliches zu kaufen. Während der Mechaniker sich nun um das Auto kümmert, langweilt sich die Großmutter. Oh oh, da passiert doch was. Kann sein. Die Großmutter konnte wohl sehr schlecht sehen. Sie hatte grauen Starr und war praktisch blind. Nur durch eine Lupe konnte sie ein bisschen was erkennen. Und die hatte sie natürlich nicht dabei. Sie hatte aber gelernt, sich mit ihrer Hand zu behelfen. Sie benutzte ihre Finger als eine Art, naja, Teleskop, um ein bisschen besser sehen zu können. Frag mich nicht, wie sie das gemacht hat, aber so wurde es mir erzählt. Solange es funktioniert, clever. Stell dir also vor, wir haben hier diese alte Lady mit Kleid, Hut, Handschuhen, Absätzen. Du weißt ja, ebenso wie man sich die alten Damen damals so vorstellt. Und sie sitzt hier an einer Tankstelle fest und langweilt sich zu Tode. Also fängt sie an, herumzulaufen. Hm, ist sie dann gestürzt oder so? Nein, sie ist ganz vorsichtig. Aber etwas Buntes fällt ihr ins Auge. Es hängt an der Wand, also krümmt sie ihre Finger zu einem Zielfernrohr und versucht herauszufinden, was da an der Wand hängt. Da sie nur das sehen kann, was sich in einem kleinen Bereich zwischen ihren Fingern befindet, erkennt sie kaum was. Sie geht also ganz nah ran und streicht vorsichtig mit der Hand darüber, um festzustellen, was es ist. Plötzlich zuckt sie zurück, richtet sich auf, dreht sich mit erzürntem Gesicht um und läuft weg. In der Hoffnung, dass niemand bemerkt hat, dass das, worüber sie vorsichtig und Zentimeter für Zentimeter gestrichen hat, ein Wandkalender war. Was darauf zu sehen war, kannst du dir bestimmt vorstellen. Eine eher spärlich bekleidete junge Frau in sexy Pose. Oh nein, und natürlich hat das jemand gesehen, sonst wäre es nicht in die Familienüberlieferung eingegangen. Genau. Der Großvater fand es urkomisch und hat den Tag, an dem seine betagte Frau beim Studieren eines solchen Kalenders erwischt wurde, nie vergessen. Aber das ist die Analogie, auf die ich hinaus will. Die Dame hat das große Ganze nicht gesehen. Sie hat ihre Finger benutzt und Stück für Stück das Bild untersucht. Sie hat hier ein Detail und dort ein Detail entdeckt, ohne aber das Gesamtbild zu sehen. Sie konzentrierte sich zu sehr auf die Details. Und genau das machen Christen auch. Christen sind großartig oder vielleicht auch schrecklich darin, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen. Ganze Lehren werden auf einem kleinen Vers hier oder einer kurzen Passage da aufgebaut. Aber so gehen wir nur in die Irre. Ja, wenn man nicht die ganze Bibel berücksichtigt, kann man weiter nebenliegen. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren über eine Webseite gestolpert bin, auf der ein extrem konservativer Christ tatsächlich für Polygamie warb. Nur weil das so halt in der Bibel vorkommt. Er hatte viele Artikel ausgearbeitet, in denen er argumentierte, dass ein Mann so viele Frauen haben sollte, wie er sich finanziell leisten kann. Denn das sei biblisch. War er Momone? Nein, eher ein Möchtegern-Jude. Aber er war der festen Überzeugung, dass an der Polygamie nichts auszusetzen sei, weil so viele Menschen in der Heiligen Schrift sie auslebten. Er hat 1. Timotheus 3 ignoriert, denn da steht das. Ein Aufseher untadelig sei, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Und den Vers, der sagt, dass man einer Frau nicht hinterhersehen soll, um ihr nachzulaufen. Aber genauso gehen viele vor, wenn es um die wahre Natur Gottes geht. Die Heilige Schrift sagt immer und immer wieder so klar, dass es nur einen Gott gibt, und das ist Jahuwah. Die Schrift sagt auch ganz klar, dass sein Sohn, Yahushua, ganz und gar Mensch ist. Aber wenn wir auf einzelne Verse schauen und sie nicht im Zusammenhang lesen, sehen wir das nicht. Ich möchte, dass wir heute einfach eine Sammlung von Versen aus dem Neuen Testament ansehen. Wenn man alle diese Stellen zusammenträgt, ist es offensichtlich, dass der Vater und der Sohn zwei getrennte Wesen sind. Genau. Und es gibt da eine ganze Menge Verse. Es würde jetzt so lange dauern, jeden Einzelnen nachzuschlagen. Deswegen habe ich mich mal wieder vorbereitet und alles fein säuberlich ausgedruckt. Fangen wir bei Matthäus an und gehen sie dann einfach durch. Wenn die Schreiber der Bibel hätten ausdrücken wollen, dass der Vater und der Sohn und auch der Heilige Geist ein einziges Wesen bilden, hätten sie uns das klar und deutlich sagen können. Warte mal kurz. Ich dachte lange, Yahushua hätte das gesagt. Gib mir mal eine Sekunde, um es zu finden. Es steht in Johannes direkt vor dem Verrat. Lass mich mal sehen. Okay, hier ist es. Es ist Johannes 17, Verse 20 und 21. Da steht, Hier geht es aber um Einigkeit in den Absichten, nicht darum, dass sie als Gott vereint sind. Hier sagt Yahushua, dass er dafür betet, dass die Gläubigen eins sein mögen. Aber als was? Als Gott? Nee. Oder als Trinität? Das ist doch Quatsch. Ihre Absichten und ihr Glaube sollen eine geistige und geistliche Einheit bilden. Das ist etwas ganz anderes als die Dreieinigkeitslehre. Es gab zwölf Jünger und unzählige andere Gläubige. Und die waren alle geistlich eins. Völlig klar, in ihren Absichten. Lies jetzt mal bitte den ersten Vers vor, den ich mitgebracht habe. Okay. Hier geht es um Christus, der mit der Mutter des Jakobus und des Johannes spricht, nachdem sie ihn darum gebeten hat, dass die beiden in Jachoas Reich bevorzugt behandelt werden. Er sagt dann in Matthäus 20, Vers 23 zu ihnen, Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Hier wird zwischen dem Vater und dem Sohn klar unterschieden. Die Mutter bat um einen Gefallen, den Jachushua nicht gewähren konnte. Ein klarer Unterschied zwischen Vater und Sohn. Okay. Der nächste Text ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jachua ist hier der Geber. Genau. Sie können also nicht dieselben sein. Jachushua war das Geschenk Jachoas, das unsere sterbliche Welt retten sollte. Was steht im nächsten Vers? Das ist Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jachua sendet Jachushua. Hat Jachushua sich also selbst gesandt? Wie es aussieht, nicht. Die beiden agieren getrennt voneinander. Sicherlich sind sie in der Zielsetzung vereint, so wie wir mit Gott vereint sind, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, um für andere da zu sein. Aber dennoch sind sie voneinander getrennte Wesen. Okay, wie lautet der nächste Vers? Moment, das ist Johannes 5, Verse 36 bis 38. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Wieder ist es der Vater, der jemanden sendet. Hier ist auch von zwei Zeugen die Rede. Yahushua und seine Werke legen Zeugnis ab. Aber dann heißt es in Vers 37, dass der Vater selbst ein Zeuge ist. Auch hier werden die beiden als eigenständig betrachtet. Mir ist auch aufgefallen, dass es heißt, die Juden hätten den Vater nie gesehen bzw. gehört. Aber offensichtlich sahen und hörten sie seinen Sohn. Allein wegen dieser Aussage können beide nicht Teil einer dreifaltigen Gottheit sein. Stimmt, beides lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Was haben wir noch auf der Liste? Den Vers 43, desselben Kapitels. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Yahushua trat im Namen des Vaters auf, nicht in seinem eigenen Namen. Auch hier macht es nur Sinn, wenn man beide getrennt voneinander betrachtet. Eigentlich ganz einfach. Erstaunlich, dass man diese Texte so übergangen hat. Der nächste Vers, Johannes 8, Vers 18. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Wieder zwei Zeugen. Das ist der ganze Sinn dieses Verses. Das hat mit den Gesetzen des alten Israels zu tun. In 5. Mose 17, Vers 6 heißt es, dass eine Person erst aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen für ein Verbrechen bestraft werden konnte. Niemand durfte aufgrund der Aussage von nur einem Zeugen verurteilt werden. Das galt auch für die Bekanntmachung des Monatswechsels, oder? Wenn zwei Zeugen den neuen Mond gesehen hatten, wurden sie vom Hohepriester befragt. Und wenn ihre Aussagen übereinstimmten, wurde der neue Monat ausgerufen. Genau. Aussagen wurden immer auf der Grundlage von mindestens zwei Zeugen verifiziert. Der springende Punkt dieses Verses ist, dass Yahushuas Zeugnis wahr ist, weil er einen weiteren Zeugen hat, der ihn stützt, den Vater. Wenn sie wirklich auf eine Art Eins wären, wie man als Trinitarier behauptet, könnte Christus den Vater nicht als zweiten Zeugen einsetzen. Darauf muss man erstmal kommen. Schau dir mal den nächsten Vers an. In Johannes 8, Vers 19 steht, Und das ist schon frech. Sie hätten auch sagen können, wer ist dein Vater, Junge? Sie mussten ihm natürlich unter die Nase reiben, dass sie dachten, er sei ein uneheliches Kind. Okay, ich lese mal weiter. Yahushua antwortete, Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Yahushua sollte die Liebe des Vaters offenbaren. Yahushua ist sich darüber im Klaren. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn die Zuhörer Yahushua gekannt hätten, hätten sie auch den Vater gekannt. Aber das bedeutet nicht, dass beide gleich sind, wie es die Trinitätslehre lehrt. Okay, was kommt als nächstes? Johannes 10, Verse 25 bis 30 Yahushua antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Hier ist eine Menge drin. Man legt schnell den Fokus auf Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Aber es ergibt sich ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Versen. Schauen wir uns das mal an. Erstens sagt Yahushua in Vers 25, dass das Werk, das er tut, im Namen des Vaters geschieht. Wenn die zwei im trinitarischen Sinne eins wären, wäre der Satz unnötig gewesen. Als nächstes sagt er in Vers 29, dass der Vater ihm die Gläubigen gegeben hat und dass der Vater größer ist als alle. Und schließlich fügt er hinzu, dass niemand die Gläubigen aus... aus wessen Hand reißen kann? Seine eigenen Hand? Nein, aus der des Vaters. Richtig. Überall taucht diese Trennung zwischen Yahushua und dem Vater auf. Wenn Christus also abschließend sagt, Ich und der Vater sind eins, dann bekräftigt er damit keine trinitarische Einheit, sondern er erklärt einfach, dass sie in ihrem Werk, Seelen zu retten, vereint sind. Genauso wie wir als Gläubige mit dem Vater vereint sind. Uns macht das ja auch nicht zu Gott. Die Aussage in Vers 29, dass der Vater größer ist als alles, das würde dann auch Yahushua einschließen. Das wäre eine Aussage über seine Allmacht. Sie ist allumfassend. Eine solche Aussage wäre absolut falsch, wenn Yahushua und Yahua eins im trinitarischen Sinne wären, also gleichberechtigte göttliche Wesen. Beziehungsweise wenn sie von gleicher Essenz wären. Genau. Es macht keinen Sinn. Okay, wie lautet denn der nächste Vers? Johannes 12, Vers 28. Das ist die Stelle, wo Yahushua im Tempel war. Lies mal bitte den Vers 29 noch mit. Okay. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Wir müssen uns fragen, wenn Vater und Sohn im trinitarischen Sinne eins sind, ist Yahushua dann Bauchredner oder hat er seine eigene Frage beantwortet? Auch wenn es lustig klingt, nein. Es ist lächerlich, sowas zu denken, oder? Es sind eindeutig zwei, die hier sprechen. In Ordnung, was kommt als nächstes? Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Jachua und glaubt an mich. Nun habe ich folgende Frage. Wie kann hier Yahushua zusätzlich zu Jachua genannt werden, wenn beide im trinitarischen Sinne eins sind? Also wieso möchte er, dass man an sie beide glaubt? Diese Aufforderung macht bei einer Trinität keinen Sinn. Okay, weiter im Kapitel heißt es in Johannes 14, Vers 24. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wieder werden beide getrennt voneinander aufgeführt. Ein Gesandter und ein Sender. Und Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Deutlicher kann man es nicht machen. Mein Vater ist größer als ich. Wenn sie wirklich gleich wären, dann könnte er das nicht sagen. Okay, aber was ist mit dem Argument, dass Jachua seinen Status als Gott abgelegt hat, als er ein Mensch wurde? Könnte es das sein, wovon er spricht? Das ist eine berechtigte Frage, aber das hat er nicht gesagt. Also muss man sich fragen, warum? Wenn das gemeint war, warum hat er es nicht einfach gesagt? Die Betonung darauf, dass der Vater ein anderes Wesen als der Sohn ist, taucht auch in den Gleichnissen Christi auf. Lies mal weiter in Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wenn der Vater und der Sohn im trinitarischen Sinne eins wären, würde er sagen, wir sind der wahre Weinstock und wir sind Weingärtner. Aber das tat er nicht. Noch einmal, man hätte trinitarische Konzepte ja durchaus beschreiben können. Deswegen muss man sich fragen, warum er das nicht gelehrt hat, wenn es die Wahrheit ist. Stattdessen betonen all diese Aussagen, dass der Vater größer ist als der Sohn und dass es sich um zwei unterschiedliche Wesen handelt. Man kann das auch ein paar Verse weiter in den Versen 9 und 10 sehen. Da heißt es, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wir haben es hier mit drei verschiedenen Subjekten zu tun, dem Vater, dem Sohn und den Jüngern. Richtig. Und schau dir jetzt mal die Verse 23 und 24 an. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Sehr klare Trennung zwischen Vater und Sohn. Er sagt, Sie hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Das zieht sich so durch das ganze Neue Testament. Mach mal bitte beim nächsten Vers weiter. Johannes 16, Vers 3 Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Hier erklärt Yahushua die Verfolgung, der seine Anhänger ausgesetzt sein würden. Wenn der Vater und der Sohn im trinitarischen Verständnis eins wären, hätte Yahushua nicht eine solche verbale Trennung vornehmen müssen, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wie geht es jetzt weiter? Johannes 16, Vers 32 Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Denn der Vater ist bei mir, nicht ich bin bei mir. Ja, das ist ein Unterschied. Man kann das überall sehen, oder? Hört ihr das an? Nur ein paar Verse weiter steht in Johannes 17, Vers 1 Dies redete Yahushua und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Yahushua betet hier nicht zu sich selbst, er betet zu jemand anderem. Ja, schau dir mal Vers 3 an. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Christus Yahushua erkennen. Zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das ist interessant, denn das passierte, kurz bevor Yahushua in Gethsemane verraten wurde. Er betonte immer wieder, dass sein Vater und er selbst verschiedene Personen sind. Hör dir den nächsten Vers an. Dort heißt es, Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Yahushua hat das Werk vollendet, das der Vater ihm aufgetragen hatte. Im Grunde genommen kann man sagen, dass Yahushua sein Chef ist und er ist sein Diener. Der eine steht oben und der andere darunter. Das ist unmöglich, mit einer Trinität zu vereinbaren. Es ist erstaunlich, wie sehr sich das durch das Neue Testament zieht. Okay, lass uns eine kurze Pause machen. Liebe Hörer, wir sind gleich wieder da. World's Last Chance hat mehr als 1500 Videos in über 30 Sprachen produziert. Besucht unsere Website unter www.worldslastchance.com oder sucht nach WLC-Videos auf YouTube. Es kommen immer wieder neue Videos dazu, die eine große Bandbreite an wichtigen Themen behandeln. Nutzt diese Ressourcen, während ihr noch die Gelegenheit dazu habt. worldslastchance.com Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung hier beim WLC-Radio. Für die unter euch, die eben erst dazugekommen sind, wir haben vorhin eine kleine Tour durch das Neue Testament gemacht. Es ging darum, dass Yahushua immer wieder betont hat, dass er und der Vater zwei verschiedene Persönlichkeiten sind. Und er betont an vielen Stellen seine untergeordnete Position gegenüber dem Vater. Aber nicht nur Yahushua vertrat diese Ansicht. Auch die anderen Autoren des Neuen Testaments waren sich darüber im Klaren. Sie glaubten nicht, dass Yahushua mit Gott gleichgestellt sei. Sie waren überzeugte Unitarier. Die Lehre einer Dreieinigkeit tauchte erst 300 Jahre später auf. Okay, schlag mal Apostelgeschichte 2 auf. Hier finden wir die Pfingstpredigt des Petrus. Was sagt er in Vers 24? Alles klar. Er spricht hier über Christus und sagt, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. In diesem Vers geht es um zwei Personen. Der eine ist zu diesem Zeitpunkt tot und der andere lebt. Sie können eindeutig nicht ein und dieselbe Person sein. Wie auch. Das ist eine der deutlichsten Beweise für die Menschlichkeit Christi. Wer Gott ist, kann nicht sterben. Und wenn man sagt, dass seine göttliche Hülle nicht gestorben sei, bedeutet das, dass er an sich nicht wirklich gestorben ist. Man muss nur seine Scheuklappen abnehmen, um das deutlich sehen zu können. Das ist der erste Schritt, ja. Alles klar. Machen wir weiter mit der Predigt von Petrus. Als nächstes zitiert er David, Verse 26 und 27. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Hier wird wieder von zwei Parteien gesprochen. Der eine weiß, dass er sterben wird und vertraut darauf, dass er nicht tot bleiben wird. Der andere ist derjenige, der ihn von den Toten auferweckt. Es kann sich nicht um ein und dieselbe Person handeln, da der eine offensichtlich tot ist und der andere ihn auferweckt. Wie geht es weiter? Mit Römer 1, Verse 1 bis 3. Paulus, Knecht Christi Yahushuas, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen David nach dem Fleisch. Das wäre die perfekte Stelle gewesen, um die Präexistenz Christi als Gott zu erklären. Aber Paulus sagt stattdessen, dass Yahushua ein Nachkomme Davids ist. Und in Vers 3 haben wir es wieder mit 2 zu tun. Denn wo ein Sohn ist, da ist auch ein Vater. Was haben wir noch? Galater 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Christus Yahushua und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten. Christus und der Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Weißt du, wenn man das so nimmt, wie es da steht, ist es klar, dass hier ein Unterschied gemacht wird. Wir sind nur daran gewöhnt worden, das zu übergehen. Aber Gott hat sich eindeutig nicht selbst auferweckt. Richtig. Also, jetzt haben wir noch Epheser 6, Vers 23. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Wenn beide absolut gleich wären, hätte er auch einfach von Gott sagen können. Hat er aber nicht. Er fügte dieses kleine Detail hinzu und spricht von Gott, dem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Philippa 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Auch hier zwei Individuen, getrennt durch das kleine Wörtchen und, weil sie nicht ein und dieselbe Person sind. Was steht in Kolosser 1, Vers 1? Wir haben hier vier Personen, die namentlich erwähnt werden. Paulus, Yahushua, Jachua und Timotheus. So, jetzt 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Das ist ein weiterer Eröffnungsgruß. Paulus hatte so viele Gelegenheiten, eine dreieinige Natur zu lernen. Aber in jedem Brief wiederholt er, dass Vater und Sohn getrennt voneinander zu betrachten sind. Paulus und Silvanus und Timotheus. An die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher wiederholt Paulus das und betont, dass Jachua einer ist. 2. Thessalonicher 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Wir sehen immer wieder das Verbindungswort UND. Schauen wir uns jetzt an, was Paulus zu Timotheus sagt. 1. Timotheus, Verse 1 und 2. Wenn dir Trennwörter auffallen, dann heb die mal bitte hervor. Okay. Paulus, Apostel Christi Yahushua, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Christus Yahushua, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Yahushua, unserem Herrn. Er meint ganz klar nicht denselben, wenn er das Wort UND verwendet. Was sagt er in seinem nächsten Brief an Timotheus, also 2. Timotheus 1, Vers 2? Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Yahushua, unserem Herrn. In Titus 1, Vers 1 drückt er es ein bisschen anders aus. Paulus, Knecht Gottes Ich weiß, dass es sich langsam überzogen anfühlt, aber genau das ist der Punkt. Immer und immer wieder betonen sowohl Christus selbst als auch die Verfasser des Neuen Testaments den Unterschied zwischen Vater und Sohn. Die einzige Stelle, an der von ihrem Einssein die Rede ist, ist Johannes 17. Hier geht es aber um das Einssein in den Absichten und darum, dass die Gläubigen in dieser Einheit mit einbezogen werden. Okay, jetzt Philemon. Der Brief des Paulus an Philemon ist sehr kurz. Er hat nur ein Kapitel. Lies mal bitte den Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Christus Yahushua. Wieder zwei. Gott der Vater und Yahushua der Herr. Der Autor des Hebräerbriefs sagt es wieder ein bisschen anders. Hebräer 1, Verse 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. In der Vergangenheit hat Jachua durch Propheten gesprochen. Und macht das die Propheten göttlich? Nein, warum auch? Jetzt spricht er durch seinen Sohn. Diese Aussage macht absolut keinen Sinn, wenn Vater und Sohn Teil der gleichen Gottheit wären. Mir ist doch aufgefallen, dass der himmlische Vater Jachoschua zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Auch das zeigt wieder, dass Jachua über Jachoschua steht. Ja, sie stehen nicht auf der gleichen Ebene. Was sagt der Apostel Jakobus in Jakobus 1, Vers 1? Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Christus Jachoschua, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und was ist mit 2. Petrus 1, Verse 1 und 2? Simon Petrus, ein Knecht Auch Petrus macht sie nicht zu einer Einheit. Von allen Aposteln kann man wohl sagen, dass Johannes Jachoschua am nächsten gestanden hat. Wenn jemand die Natur Jachoschua verstanden hat, dann er. Sehen wir also mal nach, was Johannes hier zu sagen hat. Die nächste Stelle ist 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Christus Jachoschua. Also Gemeinschaft mit wem? Mit dem Vater und dem Sohn. Dasselbe Verständnis findet sich auch im 2. Kapitel von 1. Johannes, also Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Christus Jachoschua, den Gerechten. Um die trinitarische Terminologie zu verwenden, Gott ist nicht unser Fürsprecher. Denken wir daran, wenn der Vater Gott ist und der Sohn auch Gott ist, dann gibt es einen Konflikt. Denn in 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es eindeutig, dass wir einen Fürsprecher bei Gott haben. Aber wer soll das sein? Gott selbst? Setzt er sich bei sich selbst für uns ein? Nein, das ist Jachoschua. So wie bei den ganzen anderen Versen gilt auch hier, Jachua ist der einzige Gott und Jachoschua ist der Fürsprecher. Diese Unterscheidung taucht auch in 2. Johannes auf. 2. Johannes 1, Vers 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn nun der Vater Gott ist, aber der Sohn auch Gott ist, warum sagt Johannes dann, der hat den Vater und den Sohn. Es funktioniert nicht. Genau. Johannes betrachtet den Vater und den Sohn als zwei Personen. Der eine ist Gott, der andere ist unser Fürsprecher bei Gott. Zwei verschiedene Wesen mit zwei verschiedenen Rollen. Nun gut, werfen wir einen Blick auf Judas. Der Judasbrief ist ziemlich kurz. Es gibt nur ein Kapitel. Also fangen wir mal bei Vers 1 an. Judas, Knecht Christi Jachoschua und Bruder des Jakobus, an die Berufenden, die durch Gott den Vater geheiligt und in Christus Jachoschua bewahrt sind. Wenn Jachoschua wie immer gesagt wird, Gott ist, warum hat Judas dann nicht einfach gesagt, an die Berufenden, die durch Gott geheiligt und bewahrt sind? Das wäre jedenfalls einfach und verständlich. Anscheinend wollte Judas aber etwas anderes zum Ausdruck bringen. Er hat sie getrennt. Die Berufenden sind durch Gott den Vater geheiligt und in Christus Jachoschua bewahrt. Okay, was steht in Vers 4? Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Christus Jachoschua verleugnen. Da ist wieder das Verbindungswort und, wenn beide Gott wären, bräuchte man sie nicht in dieser Weise aufzählen. Okay, wir sind fast durch mit dem Neuen Testament. Es bleibt nur noch das Buch der Offenbarung übrig. Mit Ausnahme des Johannesevangeliums gibt es hier mehr Hinweise darauf, dass Jachua und Jachoschua zwei Personen sind als in jedem anderen Buch der Bibel. Naja, Johannes hat beide Bücher geschrieben. Fangen wir mal bei Offenbarung 1, Vers 1 an. Dort heißt es, die Offenbarung, die Gott sich selbst gegeben hat. Richtig? Nein, nein. Der Anfang lautet, Offenbarung Christi Jachoschuas, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Zwei Personen, zwei verschiedene Individuen. Kommen wir zu den Versen 4 und 5. Das ist der Gruß des Johannes an seine Leser. Man beachtet, dass er in diesem Gruß auch noch andere mit einbezieht. Er sagt, dass sein Gruß nicht nur von ihm kommt. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Christus Jachoschua, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Zählen wir mal durch. Der Gruß kommt natürlich von Johannes. Wer ist noch dabei? Der ist und der war und der kommt. Das sollte Jachua höchstpersönlich sein. Noch jemand? Die sieben Geister, die vor seinem Thron sind und Christus Jachoschua. Es ist interessant, dass Jachoschua hier nach den sieben Geistern aufgeführt wird. Jachua ist der einzig wahre und lebendige Gott. Wenn es so wäre, wie die Trinitarier lernen, also dass Jachoschua auch Gott ist, dann müsste er nicht noch extra aufgeführt werden und er würde sehr wahrscheinlich auch nicht an letzter Stelle stehen. Wir haben hier aber noch mehr Informationen. Was steht in Vers 9? Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharen Christi Jachoschua, war auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Christi Jachoschua's willen. Ich klinge bestimmt schon wie eine kaputte Schallplatte. Vater und Sohn sind nicht ein und dasselbe. Sie werden immer als getrennte Individuen dargestellt. Den Spruch mit der Schallplatte habe ich neulich auch zu meinen Kindern gesagt. Die haben mich angeguckt, als ob ich vom Mond komme. Vielleicht sollten wir bei Ihnen sagen, wie eine zerkratzte CD. Ich glaube, das wäre auch zu alt. Ich würde es mal mit einem fehlerhaften Download versuchen. Kann sein, dass Sie das verstehen. Aber irgendwie ist es nicht dasselbe, oder? Okay, zurück zum Thema. Okay, was steht in Offenbarung 2, Vers 8? Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Hier wird nicht einmal ein Name verwendet, sondern nur eine Beschreibung. Es sollte aber klar sein, wer hier beschrieben wird. Natürlich Jachoschua. Richtig. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Und weil es für Gott unmöglich ist zu sterben, wissen wir, dass Jachoschua nicht dasselbe Wesen wie der Vater ist. Das ist einer der besten Beweise dafür, dass Jachoschua ganz und gar Mensch ist, denn Gott ist unsterblich. Als Trinitarier versucht man das zu umgehen. Man argumentiert, dass nur Jachoschua dass Menschlichkeit gestorben sei, seine göttliche Natur aber nicht wirklich. Tja, aber das bedeutet, dass er nicht zu 100% tot war. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ganz genau. Das würde auch die gesamte Glaubwürdigkeit der Bibel infrage stellen. Okay, was kommt als nächstes? Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man erdende Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Hier zeigt sich wieder dieselbe Tendenz, die wir im gesamten Neuen Testament beobachten können. Der Geringere erhält Macht und Autorität von dem, der ihm übergeordnet ist. Das beweist, dass Jachua und Jachoschua keine gleichberechtigten Partner in einer dreieinigen Gottheit sind. Und bevor wir weitermachen, habe ich noch eine Frage. Was ist mit der Stelle, wo Paulus, wo, ach warte, ich lese sie einfach mal vor. Moment, das ist Philippa 2, Verse 5 bis 8. Dort heißt es, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jachoschua auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir haben diese Stelle ja schon einmal in einer früheren Sendung behandelt und aufgezeigt, dass sie keine Präexistenz Christi beweist. Deine Frage zählt aber auf etwas anderes ab, oder? Du willst wissen, ob dies die Gleichheit zwischen dem Vater und dem Sohn belegt, richtig? Ganz genau. Der nächste Vers beantwortet diese Frage. Lies mal den Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Wären sie gleichberechtigt, könnte man nicht sagen, dass Yahuwah Yahushua erhöht. Es wäre nur ein Schauspiel. Aber genau das lehrt das Trinitätsdogma, wenn man versucht, Yahushua in einen menschlichen und einen göttlichen Part aufzuteilen. Ich habe mal ein Meme gesehen, welches genau auf dieses Problem hinweist. Das klingt schon ein bisschen schockierend, aber wartet ab. Denn es zeigt sehr gut den offensichtlichen Irrtum in der Trinitätslehre auf. Okay, schieß los. Da stand in Anführungszeichen, Jesus starb für unsere Sünden. Und darunter war zu lesen, nur ist er nicht wirklich tot geblieben. Was hat er also geopfert? Sein Wochenende? Jesus hat sein Wochenende für eure Sünden geopfert. Naja, das ist ein bisschen spitzfindiger Humor. Aber es ist ein gutes Argument, wenn man glaubt, dass Yahushua Gott ist. Denn Gott kann nicht sterben. Wenn seine göttliche Natur nicht gestorben ist, ist er dann überhaupt gestorben? Man kann nicht beides haben. Entweder er ist für uns gestorben oder nicht. Aber um sterben zu können, muss er ganz menschlich sein. Und wie wir in unserem ersten Abschnitt gesehen haben, hat sich Christus in seinen eigenen Worten immer als dem Vater untergeordnet dargestellt. Das war keine Rolle, die er spielte. Der nächste Vers, den wir haben, macht das auch deutlich. Hör dir das an. in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn Yahushua Gott ist, warum sollte er dann die Namen der Überwinder vor dem Vater bekennen? Guter Punkt. Und jetzt Vers 12. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Der Unterschied zwischen Gott, also Yahuwah und Yahushua, könnte nicht deutlicher sein. Er hat nicht gesagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule in meinem Tempel machen und meinen Namen auf ihn schreiben. Stattdessen unterscheidet er zwischen dem Namen seines Gottes und seinem eigenen Namen. Er stellt klar, dass sowohl der Tempel als auch die Stadt seinem Gott gehören. Okay, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und verhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Kann Yahushua der Ursprung der Schöpfung Gottes und trotzdem Gott selbst sein, wie es die Trinitätslehre lehrt? Wohl kaum. Okay, was steht nun in Vers 21? Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Zwei verschiedene Personen, zwei verschiedene Throne. Und was ganz wichtig ist, Jahuas Thron gehört ihm, weil er Gott ist. Yahushua's Thron ist seine Belohnung, weil er überwunden hat. Der nächste Abschnitt ist Offenbarung 4, Vers 2 bis 11. Dort heißt es, Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Weißt du was? Sorry, dass ich hier unterbrechen muss, aber uns läuft immer mehr die Zeit davon. Sag die Stelle einfach nochmal an, dann können unsere Zuhörer sie zu Hause nachschlagen. Es ist Offenbarung 4, Verse 2 bis 11. Okay, hier hat Johannes eine Vision. Er beschreibt den Thronsaal des Himmels. Und der, der auf dem Thron sitzt, ist Yahua bzw. Gott. Yahushua ist nicht Gott und er sitzt auch nicht auf diesem Thron. Stattdessen wird im nächsten Kapitel und ich glaube, das ist der nächste Text auf der Liste. Genau, das ist da. Alles klar. Die Thronsaal-Szene, die in Offenbarung 4 begonnen hat, wird in Offenbarung 5 fortgesetzt. Yahushua wird hier als Lamm symbolisiert, welches vor dem Thron steht. Wieder wird er als eigenständiges Wesen dargestellt. Gott kann ja nicht gleichzeitig auf dem Thron sitzen und davor stehen. Okay, was kommt als nächstes? Bevor wir weitermachen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass in Vers 13 von Offenbarung 5 alle heiligen Wesen im Thronsaal sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie singen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Loblieder. Auch hier wird wieder eine Unterscheidung gemacht. Genau, was kommt als nächstes? Das ist Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel die Sprachen. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr ist, wie wir schon oft gesagt haben, einfach ein Titel. Das kann etwas verwirren, weil er im Neuen Testament häufig für Yahushua verwendet wird. Aber hier, in diesem Zusammenhang, bezieht er sich eindeutig auf Jachua. Denn gleich im nächsten Satz heißt es, und seinem Christus. Als nächstes kommt Offenbarung 12, Vers 17 und dort heißt es, Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Christi die Yahushuas haben. Wenn Jachua und Yahushua im trinitarischen Sinne eins wären und beide Gott wären, würde es einfach heißen, die die Gebote halten und das Zeugnis Gottes haben. Aber das steht da nicht. Es geht um die Gebote Gottes und um das Zeugnis Yahushuas. Als nächstes kommt Offenbarung 14, Vers 1, 4 und 12. Dort heißt es, Und ich sah und siehe, Das Lamm stand auf dem Berg Sion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Yahushua bewahren. Also wieder das Gleiche. Eine klare Unterscheidung zwischen Gott und Yahushua. Also, Offenbarung 15, Vers 3, hier werden die 144.000 beschrieben. Hier steht, Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen. Groß und wunderbar sind deine Werke, O Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wiege, du König der Heiligen. Hier werden drei verschiedene Personen genannt. Mose, der Knecht Gottes und das Lamm, also drei. Man kann nicht mehr bestreiten, dass die Heilige Schrift wiederholt zwischen den beiden unterscheidet. Ich weiß, dass wir fast keine Zeit mehr haben, also könnt ihr die nächste Stelle ja zu Hause selbst nachschlagen. Ähm, sie lautet... Offenbarung 19, Vers 5 bis 7. Wenn wir uns das durchlesen, sehen wir, dass dort vier verschiedene Parteien aufgeführt werden. Jachua, der Allmächtige, das Lamm, Jachushua als Bräutigam, die Braut des Lammes und die großen und kleinen Knechte. Und die Braut ist die Braut des Lammes, nicht die Braut Gottes. Wie geht es weiter? Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren, 1000 Jahre. Okay, und wenn Christus Gott ist, warum wird er dann hier gesondert aufgeführt? Warum heißt es nicht einfach, sie werden Priester Gottes sein? Gute Frage. Jetzt noch Offenbarung 21, Verse 9 und 10. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Drei verschiedene Personen, die Braut, das Lamm und Jachua. Okay, jetzt Vers 22. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn Jachua, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Zwei Parteien. Der Herr, Gott der Allmächtige, der nur Jachua sein kann und das Lamm. Okay, die letzte Stelle noch, Offenbarung 22, Verse 1 und 3. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Das ist das allerletzte Kapitel der Bibel. So, wir sind jetzt den ganzen Weg durch das Neue Testament gegangen und haben immer wieder dasselbe gefunden. Jachua und Jachushua werden als zwei unterschiedliche und eigenständige Personen dargestellt. Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Pause und danach kommt die tägliche Verheißung. Ihr hört das World's Last Chance Radio auf WBCQ bei 93,30 Kilohertz auf dem 31 Meter Band. World's Last Chance Radio bereitet euch auf die baldige Wiederkunft des Erlösers vor. Das WLC-Team freut sich darauf, von euch zu hören. Besucht unsere Website unter worldslastchance.com Klickt oben rechts auf den WLC-Radio-Button und schickt uns eure Fragen, Kommentare und Vorschläge. World's Last Chance Radio bereitet euch auf die baldige Wiederkunft des Erlösers vor. Untertitelung des Erlösers Hier ist Doreen und ich stelle euch heute eine biblische Verheißung vor. Sind wir mal ehrlich, einfach war das Leben nie, aber die letzten Jahre ist der Stress wegen den Lockdowns und den damit verbundenen Einkommensverlusten schlimmer geworden. Dazu kommen noch die politischen Unruhen und die wachsende Kriegsgefahr. Für Christen kommt noch der Umstand hinzu, dass sie sich darum bemühen, der Wahrheit zu folgen, auch wenn daraus kirchliche und soziale Konflikte entstehen. Eventuell haben sogar der Ehepartner und die eigenen Kinder andere Ansichten. Hast du Angst davor? Fühlst du dich überfordert? Wachst du mitten in der Nacht auf, weil du von schlechten Träumen geplagt wirst? Denke daran, dass wir uns jederzeit an Jachua wenden dürfen und er von nichts überrascht wird. In seiner Liebe wacht er über uns und unsere Lieben. Und das in jeder Situation. Er wird uns niemals loslassen. In Joshua 1, Vers 9 heißt es, Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn Jachua, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Jachua ist unser Gott. Er ist der einzig wahre und lebendige Gott. Was auch immer geschieht, sein Auge ist auf dich gerichtet. Er wird dich behüten. Uns sind große und kostbare Verheißungen gegeben worden. Geht voran und beruft euch auf sie. Willkommen zurück zum letzten Teil unserer Sendung. Die Bibel stellt Gott als einen dar. In 5. Mose 6, Vers 4 heißt es, Höre Israel, Jachua ist unser Gott, Jachua allein. Und genau das glaubten auch die frühen Christen hunderte von Jahren. Bis sie im 4. Jahrhundert begannen Kompromisse mit dem Heidentum einzugehen. Der Vater ist der einzige lebendige Gott und Jachua ist sein eingeborener Sohn. Er ist das Lamm, das für die Sünden der Welt starb. Einer ist Gott, einer Mensch. Aber wenn man versucht, diese beiden unterschiedlichen Personen zu einer einzigen zusammenzufassen und sagt, sie seien beide Gott, dann muss man Dinge aus dem Zusammenhang reißen und die Logik verdrehen. Nur so kann man Wahrheit und Irrtum in Einklang bringen. Aber das funktioniert nicht. Die Wahrheit ist immer logisch. So als würde man sagen, 1 plus 1 ist gleich 1. Es passt einfach nicht. Paulus schreibt in 2. Timotheus Die Schrift wurde dem einfachen Menschen gegeben. Wir sollen sie so nehmen, wie sie ist. Man muss kein Bibelwissenschaftler sein. Es waren sogar die Gelehrten, die sogenannten Kirchenväter, die die Bibel verdorben und verdreht haben, um ihre Ideen einzubauen. Wenn wir Yahushua in eine Position erheben, die er selbst nicht für sich beansprucht hat, machen wir uns damit zu Götzendienern. Er hat diese Position nicht nur nicht für sich beansprucht, sondern wir können auch in der ganzen Heiligen Schrift nichts davon finden. Jemand, der eventuell eine unserer früheren Sendungen verpasst hat, wird jetzt vielleicht denken, hey, in 1. Johannes 5, Verse 7 und 8 finden wir doch die Lehre einer dreieinigen Gottheit. Aber Das ist der Vers, in dem es in einigen Übersetzungen heißt, Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Richtig, danke. Diejenigen, die denken, dass dieser Abschnitt eine Dreifaltigkeit lehrt, haben Recht. Das tut er. Aber Johannes hat das nie geschrieben. In keinem der frühen Manuskripte tauchen die entsprechenden Worte auf. Sie wurden über tausend Jahre nach Christus hinzugefügt. Du hast also Recht. Die Heilige Schrift lehrt, dass Gott nur ein Wesen ist. Aber ich muss zugeben, die schiere Anzahl an Versen, die wir heute zu diesem Thema gelesen haben, ist schon beeindruckend. Man muss nur die Schrift so nehmen, wie sie geschrieben worden ist. Wir dürfen ihr nicht unsere eigene Interpretation aufdrücken. Wir müssen um ein klares Urteilsvermögen beten, damit wir wissen, wann wir in Gefahr sind, das zu tun. Amen. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wir sagen an dieser Stelle wieder bis morgen. Und denkt immer daran, Jachua liebt euch und auf ihn ist Verlass. World's Last Chance hat sich der Mission gewidmet, die gute Botschaft vom Königreich Jachoas in der Welt zu verbreiten. Die biblische Prophetie und aktuelle Ereignisse deuten darauf hin, dass Jachua bald wiederkommen und Jachoas irdisches Königreich aufrichten wird. Dann werden auch die verstorbenen Erlösten auferweckt und mit Unsterblichkeit beschenkt. Denn wer sich im Glauben Jachua anvertraut und seine Gnade angenommen hat, dem wird die Gerechtigkeit Jachosuas angerechnet. Wollt ihr mehr darüber wissen? Besucht unsere Website worldslustchance.com Schiebt es nicht auf, euch zu informieren. Es wurde euch eine Sendung des WLC-Radio-Programms präsentiert. Diese Sendung steht mit weiteren Episoden des WLC-Radios auf unserer Webseite zum Download bereit. Du kannst sie mit Freunden hören und teilen und sie als Anregung zum Bibelstudium nutzen. Sie sind auch wunderbare Hilfsmittel für diejenigen, die allein oder in kleinen Gruppen zu Hause Gottesdienst halten. Wenn ihr die Sendungen des WLC-Radios hören wollt, dann besucht unsere Website worldslustchance.com Klickt auf der Homepage oben rechts auf das WLC-Radio-Icon. Anschließend könnt ihr die Sendungen in eurer Sprache herunterladen. Auf der Website findet ihr außerdem Artikel und Videos in einer Vielzahl von Sprachen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schaltet morgen wieder ein, um die nächste Sendung für Wahrheitssucher zu hören. Auf WBCQ bei 93,30 Kilohertz auf dem 31 Meter Band. WLC Radio bereitet euch auf die bevorstehende Wiederkunft des Erlösers und auf Jachoas irdisches Königreich vor. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Die Welt steht am Rande des Abgrunds. Bald werden sich viele Katastrophen ereignen, die dieses Zeitalter beenden und ein neues einleiten. In seiner Gnade hat Jachoah durch die Prophetie angekündigt, was die Zukunft bereithält. In Offenbarung 8 wird eine Reihe von aufeinanderfolgenden Ereignissen beschrieben, welche die Erde verwüsten werden. Dazu gehört eine große Dürre, woraus Nahrungsmittelknappheit und der Ausbruch vieler Krankheiten resultieren werden. Auch die Frischwasserreserven der Erde werden betroffen sein. In Offenbarung 9 geht es um einen dämonischen Angriff auf die Erde. Der Schrecken und die Verwüstung dieser anscheinenden Alien-Invasion werden die Menschen dazu zwingen, ihre Freiheiten aufzugeben, um Sicherheit zu finden. Auch die Gewissensfreiheit wird der Vergangenheit angehören. Während dieser Entwicklungen werden viele Menschen ihr Leben verlieren, insbesondere wenn das Mahlzeichen des Tieres eingeführt wird. Die Intensität der jeweiligen Ereignisse nimmt dabei stetig zu, da sie noch möglichst viele wachrütteln und zur Umkehr bewegen sollen. Denn Jachoah ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3, Vers 9 Kurz nach den Ereignissen, die in Offenbarung 8 und 9 beschrieben werden, werden die letzten sieben Plagen ausgegossen. Diese werden zusammen mit den ersten Posaunen großes Unheil auf dieser Erde anrichten. In Jesaja 24 wird in den ersten Versen 1 und 20 gewarnt. Doch für die, die an Jachoah glauben, gibt es Hoffnung. In Lukas 21, Vers 28 sagte Jachushua, als er das Ende dieses Zeitalters ankündigte, Ja, das Ende dieser Welt wird furchtbar sein. Es wird bereits angekündigt. Doch Jachoah möchte jeden Menschen retten, der sich retten lassen will. Nach diesen schrecklichen Ereignissen beginnt eine Ewigkeit der Glückseligkeit für alle, die die Erlösung angenommen haben. Das ist die gute Botschaft vom Königreich Jachoahs. Bei der Rückkehr Jachushua werden alle, die im Vertrauen auf die Verdienste ihres gekreuzigten und auferstandenen Heilands gestorben sind, zurück ins Leben geholt. Das ist die erste Auferstehung. Dann wird Jachushua das Königreich Jachoahs auf dieser Erde aufrichten. Zusammen mit dem Erlöser wird er tausend Jahre lang regieren. Der Apostel Johannes berichtet von seiner Zukunftsvision. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Offenbarung 21, Vers 1 Wenn du zu den Erlösten aller Zeitalter gehören und ein Leben an der Hand deines Schöpfers führen möchtest, kannst du deine Entscheidung treffen und die Erlösung annehmen. Du musst dich darauf nicht einmal vorbereiten. Denn das ist ja auch gar nicht möglich. Niemand kann sich selbst reinigen. Komm zu Jachoah so, wie du bist. Zögere damit nicht, weil du meinst, du müsstest erst sündlos werden. Du wirst dich durch deine eigenen Bemühungen nicht bessern. Du kannst heute Jachoahs Einladung annehmen. Wenn du das tust, wird er dich mit einem ganz neuen Herzen beschenken. Er hat in Hesekiel 36, Vers 26 versprochen, Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Nur auf diese Weise kann man ein Bürger seines neuen Königreichs werden. Jachoah wartet mit offenen Armen auf alle, die sich an ihn wenden wollen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch ein neues Herz geben.